Alter, hat hier jemand gewohnt oder was ist das hier? Boah, mir läuft es jetzt schon wieder eiskalt den Rücken runter gerade. Boah. Ich weiß nicht warum. Boah. Obwohl hier eigentlich ja nix ist, ne? Außer Streichhölzer. Die nehm ich gerne mit. Aber dieses Gesumme, ich hab die ganze Zeit... Schiss, dass hier irgendwas von der Decke fällt oder so. Irgendeiner, der sich hier aufgehängt hat oder so. Boah. Widerlich. Okay, ich geh erstmal hier hin. Wir haben ja genug Batterien dabei, also alles gut. Ich kann ja mal ein paar bisschen was verschwenden. Ah, okay. Ich glaub, das soll einem einfach nur verwirren und Angst machen hier. Ich glaub, das hat sonst keine Bedeutung. Okay, da lang. Ein bisschen was sehe ich ja durch diese Spinnweben. Okay. Da geht's runter. Boah. Okay, es wird leider nicht heller da unten. Ah doch, jetzt. Das Ding wird wahrscheinlich wieder zufallen. Ja, natürlich. Okay, links, rechts oder geradeaus? Hm, und da hängt eine Spinne. Alles klar. Hab ich gerade durch Zufall gesehen. Ich geh erstmal aus Prinzip nach rechts. Wir müssen sowieso dahin, wo die Spinne ist. Ich weiß es doch genau. Ne, da sieht man schön den Schatten. Die wird wahrscheinlich auf uns runterfallen. Ich weiß es doch genau. Okay, ich mach mal gerade diesen. Wäre ja schön, wenn hier irgendwo ein paar paar Stauderien rumliegen würden. Aber ich glaub, so viel Glück werden wir nicht haben. Wie groß ist das denn hier unten, bitte? Was zur Hölle ist das denn? Was geht denn da ab? Polizei? Oh. Ja. Mhm. Schön. Da sollen wir wohl nicht hin. Äh, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier sind wir jetzt wieder. Oh Gott, okay. Naja, ich weiß ja, wo ich lang muss. Ja, ja. Okay, ähm, ich muss kurz überlegen, wo war denn? Ne, hier nicht. Wo war denn die Streichhölzer? Die will ich dir ja noch mitnehmen. Ach, verdammt. Habt ihr es doch gesehen, ja? Also man ist tot und man da durchläuft. Alles gut. Da hab ich jetzt nicht mehr dran gedacht. So, ich würde gerne noch kurz zu der Bauruine, äh, mir die Streichhölzer holen. Und dann gehen wir sofort unten zu der Spinne. So. Ja, ja. Davor hab ich keine Angst. So, schön links lang vorbei. So. War das hier? Ich glaub, ich bin schon zu weit, ne? Ne, hier waren die. Irgendwo, ähm, hier, da. So, die nehm ich. Und dann geht's weiter. Okay, ich speier's grad wirklich mal ein bisschen Batterien. So, da ist die Spinne. Ich guck aber trotzdem grad nochmal, was mich da getötet hat. Ich muss ja nicht zu weit gehen. Ich will nur wissen, was mich da gekillt hat, grade. Ah, da ist ne Trittplatte. Okay, dann gehen wir doch einfach an der Trittplatte vorbei. Ja, okay, alles klar. Ich will nämlich wissen, was hier ist. Okay, warum auch immer. Da hängt auf jeden Fall ne Spinne. Dürfen wir an denen vorbei? Ich bin mir echt unsicher, ob wir bei den Spinnen dran vorbeigehen dürfen. Oder ob die uns irgendwie töten oder beißen. Das wäre ja nicht so super. Was ist denn das hier? Warum ist hier so ein... Wie groß die sich da spiegelt, ne? Ah, das ist so widerlich. Wir müssen da bestimmt irgendwas machen. Batterien. Sehr gut. Okay, Spinne sei lieb. Ich weiß nicht, ob wir da was machen müssen, ehrlich gesagt. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich will nicht genau da drunter durchgehen, weil ich habe Angst, dass die uns anspringt. Aber die sitzt hier so verführerisch, dass wir hier irgendwas... Ne, hier müssen wir nix machen. Okay. Dann hängt die einfach so da. Darf gerne da hinten bleiben. Egal. So, brauche ich dich hinsetzen. So, wir haben wieder eine Eimer Batterien bekommen, also alles gut. Toll, das sieht jetzt schon wieder so richtig aus hier. Äh. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin, ehrlich gesagt. Okay, hier geht es sowieso nicht weiter. Hier hat jemand versucht zuzumauern. Hier komme ich nicht rüber. Okay. Offensichtlich wollte niemand, dass wir hier unten sind. Oder vielleicht, dass niemand da nicht hinkommt. So. Die Spinne bleibt da, wo du bist. Danke. Okay. Mhm. Noch so eine Falle. Ich weiß nicht, wer die ganzen Vorräte hier unten hingebracht hat. Und offensichtlich hat hier jemand gelebt oder so. Also spätestens jetzt habe ich eh vergessen, wo wir sind. Okay. Ach du Scheiße. Was sind wir denn hier, ey? Ich glaube, wir sind schon längst nicht mehr beim Haus. Wir sind irgendwo anders. Wir sind irgendwo anders. Aber nicht mehr im Haus. Was hat uns Onkel Asa vermacht? Was hat der für ein Geheimnis? Da bin ich echt mal gespannt. Okay. Kurz gucken, ob da irgendwelche Fallen sind. Da ist Blut auf dem Boden. Na, reizend. Was ist das hier alles? Was soll das darstellen? Hier sind irgendwelche komischen... Was ist das hier? Behälter oder Lüftungsapparate oder was? Oder Klimaanlagen? Ich habe keine Ahnung. So und hier vorne ist auf jeden Fall Blut auf dem Boden. Das ist gefährlich. Das ist eigentlich... Okay. Wir haben zwei Ausgänge. Einmal dort und einmal da unten. Wenn wir sich setzen, dass diese verdammte Musik gerade lauter wird. Wenn man das Musik nennen kann, gehe ich mal hier lang. Okay, es geht wieder nach oben. Oder es geht hier rechts und da geht es durch die Spinnweben. Ich gehe erstmal hier lang. Checkpoint. Warte, dann gehe ich erstmal mal die Treppe hoch. Dann will ich gucken, wo wir da oben hinkommen. Dann sind wir jetzt einigermaßen safe, wenn wir hier einen Checkpoint erreicht haben. Dann ist ja alles gut. Ich finde es schade, dass man nicht sieht, wie viele Batterien man noch hat. Das wäre echt gut. Wenn wir das sehen könnten. Sorry, aber das ist mir zu dunkel. Ich muss es doch mal nachladen gerade. Oh. Hm. Okay, vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas. Batterien oder so. Na. Nee, hier ist leider nichts. Wieso kann man dann hier hin? Hm. Hier ist nur ein Seil. Na, hier ist nichts. Keine Ahnung, warum man hier hin kann. Ups. Scheiße, ich bin gegen die Wand gelaufen. Da war ja auch nichts. Da war ja auch nichts. Okay. Also schön, dann geht es wieder runter. Gut. Checkpoint erreicht. Das war ja schon mal prima. Dann würde ich sagen, ähm... Gehen wir weiter. Da ging es los, ne? Okay, das wird wieder zu gehen. Das sehe ich schon. Gut. Das Spiel ist gerade zu nett und das gefällt mir nicht. Das ist echt gerade sehr, sehr nett. Es kommen keine gruseligen Sachen. Ich sollte vielleicht besser nicht so laut reden. Das kann sich nämlich jeden Moment ändern. Ach du Kacke. Ach, diese blöden... Äh, natürlich. Hier unten ist wieder Statuen-Time. Die Dark Souls-Ritter hier wieder rumstehen. Okay, wunderbar. Aha. Sehr schön. Da kommen wir also nicht mehr raus. Okay, okay. Alles. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich gehe einfach weiter. Äh, Spinne. Ich weiß jetzt nicht, was gerade los war. Irgendwas ist gerade passiert anscheinend. Ich habe es aber nicht wahrgenommen. Weil ich nicht hingeguckt habe. Ah, ja. Okay, alles klar. Vorsicht. Die Falle sieht scharf aus. Dann gehen wir da lieber nicht durch. Haben die eben auch schon Flügel? Ich habe keine Ahnung. Und da vorne leuchtet irgendwas. Okay, also wir haben eine, wo wir auf jeden Fall nicht lang können, weil die Falle scharf ist. Und hier? Oh, die Tür bleibt offen. Wunderbar. Ja, bitte. Zwei. Warum auch immer zwei. Aha, zwei. Okay, wir merken uns mal zwei und diese Statue hier. Zwei. Vielleicht müssen wir die irgendwo draufstellen. Zwei. Was ist das denn da? Oh je, das sieht nicht gut aus. Oh je, das sieht nicht gut aus. Diese Rillen da. Okay, wer hat hier gearbeitet und jede Menge geraucht, auf jeden Fall. Okay, wir haben vier Lampen. Ich vermute, dass wir irgendwelche viermal, dass wir viermal irgendwas machen müssen. Was hat's denn hier mit diesen... Warte mal. Nee, okay. Batterin, Batterin, Batterin. Gut, wir gehen mal links gucken. Oh, was ist das hier? Aha. Vier. Das ist ja riesig. Okay, vier. Jetzt wird die nach und nach aktivieren vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Okay, wir haben die zwei und die vier gefunden und eine Statue. Ich hab keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Ich hoffe nur, ich werde nicht allzu lang für das Rätsel brauchen, denn wir haben jetzt auch nicht ewig Batterien. Na, die Falle sieht nicht scharf aus. Alles klar, wir sind durchgegangen. Batterien. Ist ja wie Weihnachten. Okay, hier ist auch nichts. Ich hab auch keine Nummer hier gesehen, also alles gut. Tja. Da ist die drei. Also eins, zwei, drei, vier oder was? Wo ist die eins? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, die Falle sieht scharf aus. Wir haben diese Statue. So, vielleicht können wir die Falle damit irgendwie deaktivieren. Wo war die Falle? Hier? Yes. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich dachte, wir können irgendwas mit der Statue anstellen, damit die Falle nicht auslöst. Jetzt hab ich natürlich keinen Bock mehr, da reinzugehen. Wofür habe ich die Statue mitgenommen? Nee, da geht's auch nicht wieder zurück. Ich denke mal, das brauchen wir irgendwo hier vorne. Okay, wir haben zwei Batterien gefunden, also alles gut. So, hier ist die drei. Oh. Sieben. Sieben gibt's auch. Hier ist die eins. Ah. Oh. Ich ahne, was hier los ist. Alter, müssen wir echt so viele Statuen finden? Das wäre der Knaller. Okay, irgendwo ist jetzt die Tür aufgegangen. Ich hab keine Ahnung, wo. Könnte es diese hier gewesen sein? Ich hab keine Ahnung. Muss ich jetzt ernsthaft die ganzen Statuen finden? Hier ist die zwei. Hier haben wir die erste Statue gefunden. Stimmt. Okay, hier waren ja mehrere Türen zu. Das heißt, irgendwo müsste jetzt hier eine neue Tür aufgegangen sein. Hier waren diese Rillen in der Decke. Hier konnte ich durch. Die Tür ist zu. Okay, ups. So, mal grad gucken. Die sind alle noch an. Okay, also damit hat das nichts zu tun. Ich guck jetzt mal eben. Die ist auch zu. Ich hab's natürlich nicht gemerkt, wo die alle sind. Die hier. Die ist auch zu. Okay. Irgendwo ist jetzt einer aufgegangen. Hier vielleicht? Auch nicht. Oh Gott, scheiße. Langsam gehen mir die Türen aus. Die hier eventuell. Weil grad die Musik auch so war. Ja, ich glaub, wir sind richtig. Okay, dann lieber ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaub nicht, dass das Spiel so nett bleiben wird, wie es ganze Zeit war. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, das ist gut. Das ist ja toll. Und jetzt? Warte, hab ich hier vorne irgendwo eine Nische? Ja. Alles klar. So, die 1 haben wir was draufgestellt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich was auf die 2 draufstellen. Äh, die 2. Oh Gott, wo war die 2? Wo war das denn? Boah, ich hab keine Ahnung mehr. Da ist die Falle. Da ist die scharfe Falle. Hä? Äh, was? Hä, waren wir hier eben schon? Oh, aha, da muss also auch was drauf. Okay, alles klar. Nice. Okay, die 2. Wo war die 2? Hier. Also, wenn was aufgegangen ist... Über dem Ausgang ist eine der grünen Lampen angegangen. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen. Okay, alles klar. Also ist die 1 falsch. Die 1 ist falsch. Wo war die 1? Da. Gut, also 1 ist falsch. Ähm, wir brauchen... Ja, Tatsache. Ich weiß zwar nicht, wie sie das gesehen hat, aber okay. So, hier ist die 4. Nice. Okay, jetzt brauche ich nur noch... Ja. Die 2, die 4, die 6 und die 8. Wahrscheinlich. Wäre jetzt meine Vermutung. Wäre jetzt meine Vermutung.